Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Los geht's! Karriere Ihre innovativen Ideen werden heute wahrscheinlich eine neue Form annehmen. Achten Sie besonders genau auf die genialen Gedanken, die Ihnen durch den Kopf schwirren werden. Sie haben die Möglichkeit, etwas Großes zu beginnen. Lassen Sie Ihre einzigartige, innovative Seite durchscheinen. Gesundheit Heute haben Sie vielleicht Lust auf zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig. Ein gutes Training, gefolgt von einem Stück Schokoladenkuchen. Es sind schon verrücktere Dinge passiert. Die Ausrichtung der Planeten bringt Sie dazu, sich einerseits nach Komfort und Sicherheit zu sehnen, andererseits denken Sie, dass es erotisch und spaßig wäre, lange aufzubleiben und Dinge zu tun, die unmittelbares, sündiges Vergnügen bereiten. Die Herausforderung besteht darin, den Mittelweg zu finden und das Urteil auszusetzen. Liebe Die Partner scheinen verwirrter zu sein als sonst, besonders unter dem Einfluss der aktuellen Planetenenergien. Sie könnten Versprechen zurückziehen, von denen Sie geschworen haben, dass sie für immer gelten, oder Sie könnten eine Vereinbarung treffen, von der Sie insgeheim wissen, dass Sie sie nicht einhalten können. Achten Sie nicht zu sehr auf das, was gesagt oder nicht gesagt wird, denn morgen ist das alles schon wieder vergessen. Seien Sie stattdessen geduldig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann abonnieren Sie diesen Kanal, um in Zukunft nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.